Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 12. November. Heute haben wir dabei Android Auto, Apple TV, Google Fotos und Sonos. Beginnend tun wir mit Android Auto, das Betriebssystem von Google fürs Auto. Wird wohl gerade geupdatet im Hintergrund, auf jeden Fall probieren sie ein paar Sachen aus. Und man hat sich wohl jetzt durch den Quellcode gearbeitet und herausgefunden, dass es jetzt Trommelwirbel bald die Möglichkeit gibt, verschiedene Hintergrundbilder auszuwählen. Es sind vorgefertigte dabei, ob man eigene hochladen kann, weiß man noch nicht, aber da hat man natürlich drauf gewartet. Ansonsten wird es auch noch die Möglichkeit geben, für den Google Assistenten dann auch noch Shortcuts zu hinterlegen, beispielsweise für eine Kurzwahl. Das Ganze wird dann auf dem Android in der entsprechenden App gemacht. Also, wenn ihr Android Auto im Einsatz habt, dann kommt da vielleicht was auf euch zu. Und wenn ihr eine Playstation 4 habt oder jetzt vielleicht bald eine Playstation 5, dann kommt auch was auf euch zu. Und zwar die Apple TV App. Die wurde ja schon angekündigt bereits im Oktober und jetzt ist es schon so schnell soweit. Sie ist jetzt im Playstation Store verfügbar. Ihr könnt euch die runterladen auf die PS4 oder die PS5 und habt dann auch Zugriff auf Apple TV Plus und die anderen Sachen. Nächstes Thema, Google. Ja, Google Fotos. Da gibt es bald keinen kostenlosen Speicherplatz mehr. Und zwar ab dem 1. Juni 2021 werden die Fotos und Videos, die ihr da hochladet, auf den kostenlosen Speicherplatz von 15 GB angerechnet, die ihr mit eurem Google Konto bekommt und die sich aufteilen auf Drive, Google Mail und entsprechend dann auch auf Fotos. Außer ihr habt natürlich ein Google One Konto und euch da noch Speicherplatz gekauft, dann wird das eben darauf angerechnet. Ein kleines positives Highlight gibt es noch. Fotos und Videos, die ihr vor dem 1. Juni 2021 hochladet, die werden euch nicht angerechnet. Also jetzt nochmal schnell alles draufschieben, dann ist das schon mal wieder for free und danach wird es, wie gesagt, abgezogen von eurem Speicherplatz. Und letztes Thema für heute endlich mal wieder was von Sonos. Die starten ein neues Upgrade-Programm. Und das bedeutet, ihr habt ja ein Sonos-Profil, wenn ihr Sonos-Geräte habt. Ihr habt dann entsprechend eure Sonos-Geräte im Profil und dann könnt ihr euch einloggen, oben auf Upgrade tippen und dann zeigt ihr eure Geräte an und zeigt an, welche für ein Upgrade berechtigt sind. Bei mir sind das mehrere Play Ones und eine Connect und jede davon könnte mir jetzt einen 15% Gutschein für den Sonos-Store liefern. Und dann kann ich da einkaufen, kriege ich 15% runter. Es funktioniert nur im Sonos-Store. Sprich, eventuell kann man jetzt auch beim Black Friday oder zu einer anderen Aktion zu Weihnachten die Dinger eh schon günstiger kriegen. Das Gute ist, es ist nicht wie dieses ehemalige Programm, wo danach die alten Geräte dann hinfällig waren. Ihr kriegt den Rabatt, ihr könnt euch was Neues mit dem Rabatt kaufen und die alten Geräte funktionieren weiter. Also, eventuell ist es ja interessant, eventuell auch nicht. Guckt rein. Ansonsten wünsche ich euch einen guten, großartigen Donnerstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.